Was geht ab, meine XRP-Freunde nach draußen? Herzlich willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Ja, während Bitcoin extrem pumpt und viele Altcoins, hält sich XRP noch deutlich, deutlich zurück. Wir sind in einem dicken Widerstand, wie es jetzt auf jeden Fall weitergeht. Das schauen wir uns im heutigen Video an. Außerdem kurzer News-Überblick und ja, bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoin. Und damit würde ich sagen, genug Eigenwärmung gemacht. Momentan traden wir bei ungefähr 0,37 US-Dollar-Cent, also wenig Bewegung. Wir können uns ein paar Altcoins angucken. Einerseits Bitcoin, Riesenpump, Ethereum sowieso Riesenpump. Wir schauen uns Polkadot an, Riesenpump. Wir schauen uns von mir aus Matic an, auch Riesenpump. Ja, und dann kommt XRP mit sehr, sehr wenig Bewegung. Wir sind hier nochmal in unseren grünen Kasten reingefallen bei 0,33 US-Dollar-Cent, den wir hier als kleinen Support gebildet haben am 2. Januar. Darüber haben wir im letzten Video gesprochen. Wir brauchen Zeit im kurzes Range-Trading hier und jetzt das Breakout in Richtung 0,38 US-Dollar-Cent. Und hier haben wir es leider noch nicht drüber geschafft. Wir haben Ineffizienzen gefüllt. Wir sind in die 4 Stunden Supply gekommen. Kurz überschritten, aber kein Close darüber. Und jetzt kommt es halt natürlich darauf an, wie geht es bei XRP weiter. Wir haben weiterhin hier unten in diesem Wig liegen bei den 0,30 US-Dollar-Cent. Die würde ich auch weiterhin nicht verabschieden. Ich würde weiterhin daran festhalten, okay, ich habe hier ein paar Orders unten reingelegt, Spot-Orders, natürlich kein Trading, aber Spot-Orders liegen hier unten drin. Ansonsten gilt es für XRP, wie immer, unseren Widerstand bei 0,40 US-Dollar-Cent zu knacken. Sollte jetzt Bitcoin in eine leichte Seitwärtsphase kommen, ist es möglich, dass XRP zumindest hier oben die 0,40 US-Dollar-Cent antestet. Und dann wird es sich hier entscheiden. Hier kommt die Make-or-Break-Decision, werden wir hier zurückgewiesen. Wird eine Korrektur folgen, sehr wahrscheinlich auch wieder in dem Bereich der 0,35 oder 0,36 US-Dollar-Cent. Kriegen wir hier genug Volumen rein und Bitcoin kämpft sich wirklich zu den 20.000 US-Dollar, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass XRP sich hier in dem Bereich der 0,44 bis 0,45 US-Dollar-Cent hocharbeitet. Das sind jetzt momentan die Ziele. Ich bin aber ganz ehrlich ein bisschen enttäuscht davon. Also es gibt wenig News momentan um XRP. Wir können mal ganz kurz, wo steht es, auch hier, Artikel von FX-Street geht auch davon aus, hier diesen 0,40 US-Dollar-Cent müssen wir, sag ich mal, überbrücken. Dann ist, sag ich mal, ein bisschen hier Party-Time für uns. Zumindest 10 bis 12 Prozent sind da auf jeden Fall möglich. Ja, gleich geschieht mit Ripple nach seinen 12-Prozenten Anstieg. Die Zahl der Wahltransaktionen ist von 11 auf 220 angestiegen, was einen 20-fachen Anstieg. Also hier tut sich ein bisschen was von den Wahlen. Ob das jetzt wirklich ein guter Indikator ist, wird sich dann zeigen. Momentan sehen wir davon eben weniger. Wir blicken ganz kurz auf den Daily-Time-Frame, wie sieht es eben da aus. Auch hier kommen wir in wichtigen Widerstand. Zwo oder der SMA, das ist diese lila Linie, die ihr hier seht, verläuft auch bei 0,39 US-Dollar-Cent. Also 0,39, 0,40. Das sind so momentan die Make-or-Break-Decision-Times, sag ich jetzt mal. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen euphorischer an die ganze Sache rangehen, sehen wir auch hier, okay, doppelter Boden würde sich hier sehr, sehr gut ausspielen. Wir hätten sogar ein schöneres, tieferes Tief, was man sich ja eigentlich bei einem doppelten Boden wünscht. Das Problem, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Wir haben einfach ein Volumen da unten gehabt, was sehr, sehr hoch ist. Und das möchten wir eben bei solchen Boden nicht sehen. Ist zwar jetzt auf dem Daily-Time-Frame, aber wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Auf den kleineren Time-Frames haben wir das auch vorzufinden. Das heißt, für Ripple wird es jetzt richtig ernst. Kriegen wir die 0,40 gebacken und da ist eigentlich nicht viel Widerstand. Ihr müsst euch das vorstellen, wir traden hier in dieser Range seit 13. Mai. Da noch als Support, Widerstand, 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 Breakout, Fakeout, runter, wieder Widerstand und jetzt schon wieder an dieser Marke. Also eigentlich muss Ripple hier nur einigermaßen Volumen reinkriegen und wir sehen schon die letzten Tage, seht ihr hier unten, das Volumen nimmt langsam hier wieder ein bisschen Fahrt auf und das brauchen wir auch. Wir möchten einen Abtrend sehen mit deutlich mehr Volumen, mit steigendem Volumen. Und sollten wir das hier wirklich hinkriegen, über die 40 US-Dollar-Cent rüber zu kommen, hat Ripple echt die Chance, dass wir hier Richtung 44 oder sogar 45 Top-Bildung, ganz ehrlich, wäre sogar hier oben die 0,50 US-Dollar-Cent-Marke. Hier oben haben wir noch so einen kleinen Wig. Würde sich sehr, sehr gut anbieten, meines Erachtens. Also das heißt, uns stehen hier möglicherweise ein 20% oder sogar 25% Pump vor der Tür. Aber, und jetzt kommt halt das große Aber, wir brauchen mindestens ein Daily Close über dieser 0,40 US-Dollar-Cent-Marke. Wir brauchen ordentlich Volumen und wir brauchen einen schönen Abtrend. Das sind jetzt die Voraussetzungen, die Ripple uns geben muss. Ansonsten sehe ich hier erst einmal schwarz, ansonsten werden wir hier einfach wieder rejected und versuchen hier vielleicht sogar den Wig bei 0,30 US-Dollar-Cent zu füllen. Ja, mehr gibt es momentan bei Ripple nicht zu sagen. Wie gesagt, die News-Lage momentan sehr, sehr wenig. Das Einzige, was jetzt gilt, sind diese 0,40 US-Dollar-Cent. Brechen wir die, dann sieht es gut aus. Ansonsten eher, eher bescheiden. Während der ganze Markt pumpt, Ripple hält sich zurück. Sorry, dass ich euch keine besseren Nachrichten geben kann. Vielleicht nächste Woche wieder, wie jeden Freitag, schauen wir uns natürlich Ripple dann wieder an. Und ja, das war es von meiner Seite. Wie gesagt, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinkommen. Das war es von meiner Seite. Wir hören uns nächsten Freitag wieder, wie immer, zum Ripple-Update. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.